Hallo, ich bin heute hier beim Kunstmuseum. Wir eröffnen heute die Vernissage-Klasse Kunst, wo diverse Schüler und Schülerinnen ihre Arbeiten präsentieren und wir als Stadtwerke sind dabei, weil wir einen Publikumspreis vergeben. Das heißt, das was in den nächsten zwei Wochen, wenn die Ausstellung hier eröffnet ist, was die Besucher, wofür die voten und was die für besonders gute Erachten. Der Preis ist für 1000 Euro und ich bin schon ganz gespannt, was wir hier gleich erleben.